Zurück bei Minecraft Big Business sind wir hier zu dritt. Mal wieder dabei sind die Mio. Hallöchen! Der Aaron-Suhl. Hi! Und auch der Ustra und wir weinen immer noch kläglich wegen den verlorenen Dingen in der letzten Folge und in den letzten Folgen. Ich bin gestorben, Aaron ist per den Grott gegangen und Aaron ist gestorben. Der Einzige, der hier nichts, noch nichts verloren hat, die einzige, Entschuldigung, die noch nichts verloren hat hier, ist Mio. Was sagst du zu den schrecklichen Ereignissen der letzten Zeit? Es tut so gut, die Einzige Gute zu sein. Okay, Ustra, ich schreibe schon mal mein Schwert. Doch wofür? Für den Mio. Echt? Unverschämt, oder? Oh, Manu. Ich kann doch nichts dafür. Setz mir mal lieber einen Friedensvertrag auf, bevor es los geht. So, ich glaube, ich fange jetzt an mit meinem Gewächshaus. Schon. Okay. Ja, das wird ja nicht groß. Ich schaff das. Apfel! Ich brauch mehr Birke. Kann ich dich jetzt besuchen, oder? Ja, du kannst, du, 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 du störst mich nicht, du kannst ruhig kommen. Kommst du auch, Mio? Komm ruhig hier ran. Ustra. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr den Weg nach mir findet. Eventuell hole ich euch am Portal ab. Ich hab keine Zeit. Du hast keine Zeit, mich zu besuchen? Nee, gerade nicht. Tut mir leid. Frevelhaft. Einfach nur frevelhaft. Moment, Moment. Ich komm gleich, ich komm gleich. Ja, ja. Aaron. Ja? Äh, könntest du uns bitte erklären, ob es eine gute oder schlechte Art ist, wie du da gerade kommst? Äh, das weiß ich gerade auch nicht. Ja, das hat man gehört. Ende gut zählen, aber. Oh mein Gott. Oh Gott, ich höre eine Spinne, ich höre eine Spinne jetzt schon. Ah. Du hast mich gerufen? Ja. So, wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, du kannst aber nicht bei mir übernachten. Vielleicht sollten wir das erstmal am nächsten Tag machen. Ja, können wir machen. Ich hab leider kein zweites Bett vorbereitet. Und wir teilen uns keine Koje. Das war so klar. Ich könnte jetzt auch mit Zäunen, mit Zaunbalken machen, anstatt mit richtigem Hartholz. Aber, ich weiß noch nicht. Folgt mich eine Spinne? Ich höre die ganze Zeit eine Spinne. Ich werde verrückt. Das kriege ich schon durch hier. Aber dann kannst du dann in meiner Residenz schlafen, die ich mir oben dann erbauen werde. Also von dem ganzen Geld, was ich hier machen werde. Du wirst gleich Augen machen, das ist unglaublich. Du hast ja noch kein, du hast glaube ich, du bist ja mit der Einzige, die überhaupt keine Spoiler-gefolge, äh, keine Folge gespoilert hat, war? Nope. Du hast dir nicht reingeguckt, glaube ich. Von mir. Können wir jetzt ins Bett? Ich bin noch unterwegs. Ja, na klar. So, wiegt drin. Ja? Ich bin noch gar nicht müde, irgendwie. Ach du, ist noch gar nicht Tag? Nee. Hab ich denn aufgestanden? Pff, ja, weiß ich nicht. Aaron. Du bist nachtaktiv. Yeah. Yeah, jetzt ist wieder Tag. So, dann gehe ich mal den Aaron abholen. And again. And again, and again, and again. B-b-b-b-b-b-b. So, ich brauche so viel Holz, das ist unglaublich. Ja, das ist mal die, dann ist das echt nur ne Besucher-Folge, obwohl wir ja in einem LP sind, sind wir ja kaum eigentlich überhaupt zusammen, oder? Gar nicht eigentlich. Wir sind nie zusammen. Außer für irgendwelche wirtschaftlichen Zwecke. Ja, man könnte mich ja bezahlen, dann würde ich ja irgendwo mithelfen, aber... Soll ich schon durchgehen, oder? Ich seh dich, ja, ja. Ne, ich seh dich nicht, das war nur ein Pilz. Entschuldigung, Aaron. Du siehst aus wie ein Pilz. Ach, der hat voll Rüstung, ja. Dann ist ja klar, dass ich... Ich will dir nochmal sterben, das ist es. Keine Sorge, sterben wir es auf jeden Fall, was? Deswegen kommst du ja... Das ist ja schon mal gezogen, das ist auch schon nett. Ja, ja, ja. Geh ruhig vor, Aaron. Miu, ich bin Friedensvotraut. Ich hau dich nur mit der Schaufel. Alter. Ja, da hinten geht's. Ab. Das war's mal als Ruhe raus, du Vogel. Ich muss sofort reagieren. Du musst hier durchgehen, sonst geht das nicht. Ich hab immer noch zu wenig Bierköpfe, verdammt. Das sind die ersten Felder. Und dann hier hinten rum geht's ja noch weiter. Leicht übertrieben, oder? Warum? Jetzt weiß ich aber, wofür du die ganze Erde gebraucht hast. Jetzt bin ich auch interessiert. Das ist schon geil geworden, oder? Jo. Und da oben, hier, das hast du, glaub ich, auch noch nicht gesehen. Da. Wie weit hast du denn da geklatscht? Ein paar. Alter, wie weit bist du denn? Und da oben hab ich, äh, da geht's dann rauf. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Da kannst du davon daraus auch, glaub ich, nicht lang. Wie weit bist du denn? Du, soweit bin ich ja überhaupt noch nicht. Ja, ich sag ja, ich hab schon einiges, aber das ist halt, äh, mit Geld alles gemacht, ne? Ich hab ja viele von euch abgekauft. So, da, da, wo dieses Loch siehst du, in diesem Stein-Ding, da wird irgendwie noch ein Lager oder so kommen. Mal gucken. Aua, verdammt. Und dann hier hoch. Gibt's dann da hoch. Was denn? Ist geil, ne? Ja. Brauch noch mehr Holz. Und dann, wenn du dich jetzt nach rechts drehst, da oben auf dem Werk, da kommt mein Haus hin. Nett. Oh, geile Location hier auf jeden Fall. Ja, ne? Runter ist, runter ist noch mehr Abenteuer. Auch deswegen. Befachen gehören schon. Ich renne die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Steine. Ja, das hast du mal ungefähr so gesehen, was bei mir schon so steht. Hier, wo jetzt die Pfeiler stehen, hier kommt nochmal ein Gewächshaus hin. Das wird nur ganz klein. Aber wie an der Säule zu rennen mit deinem Arsch, ey. Was denn hier hin? Gar nichts. Das war vorher schon so, da hab ich immer nur Wasser reingekippt. Ah, okay. Ich glaub, ich hab irgendwas vergessen. Na, so sieht's im Moment aus. Kommst du auch noch, Mio, oder? Komm gleich auch noch. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit dafür. Das glaub ich, ist auch, ist auch ne ziemlich, ist auch ziemlich gewaltig. Ich darf in Deutigkeit. Glas, Glas ist ja auch schwerkraftunabhängig, ja. Ja, na klar. Ich bin da dran, mein Imperium aufzubauen. So, jetzt musst du erstmal gucken, wo wir jetzt Wasser reinbauen. Und du, 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 ne, du, du, ne, 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 du, ne. Ne, ich hab' nicht, du kriegst ja Musik nicht mehr. Aaron hat's vergessen. Ah, hier sind meine ganzen Selbstlinge schonmal. De, 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 de. Hallo Gema. Du, ne, du, ne, du, ne, du, ne, du, ne. Was machst du jetzt gerade, Aaron? Ich schaue in Ustratun. Ich stalk ihn. Aha. Mensch, ich muss erstmal die Settings wieder umstellen. Du kannst mich ja in der nächsten Folge besuchen kommen. Ja, wir kommen in der nächsten Folge mal nach dir. Jaaaa. Jaaaa. Ich hoffe, dann habe ich alles fertig. Jaaaa. Das hoffe ich allerdings auch. Tja, viel Spaß beim Besuchen. Ich brauche ein paar Schilder. Es gibt keine Schilder. Pech für dich. Du bist auch zu mir. Er wollte mich besuchen kommen, also muss er jetzt auch, ne? Ach, da vertrock... Ich bin immer bei dir bleiben. Ja, das war mein Plan. Ich liebe dich so sehr. Jaaaa. Niet. Doch, ehrlich. Ich schwöre. Niet. Doch, ehrlich. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Redet nicht über eure Liebe bei unseren LP, ok? Voll die Liebe, ey. Ich liebe dich voll innisch, Alter. Oh Gott, das ist riesig. Ich bin aber ruhig. Richtig. Das ist so riesig. Ja, das höre ich öfters. Ja, das höre ich öfters. Ihr seid so doof, ne? Nein. Wenn hier einer öfter irgendwas hört, dann bin ich das. Mein ganzes Leben ist einfach nur eine einzige Wiederholung. Eine einzige Wiederholung. Wiederholung? Jaaaa. Ah, eine Wiederholung. Alles klar. Okay, verstehe. Du hast dich ja noch nie versprochen, ich weiß. Nein. Du machst ja auch keine Intros mehr deswegen. Weil du Angst hast dich zu blamieren. Ich bin perfekt. Ich bin perfekt. Ach, du bist perfekt. Misses Perfect. Ein Perfekt. Perfekt. Das passt vielleicht. Ja. So. Woher kennst du mich? Seine wahre Identität. Ich bin Spongebob. So. Der Schwachkopf. Lach nicht. Kinder lieben mich. Eben. Kinder lieben Patrick. Nee. Glaub nicht. Glaub nicht. Glaub ich irgendwie auch nicht. Glaub ich irgendwie auch nicht. Sie verstehen nicht sein Wahre nicht. Ich glaub ich brauch noch ein zweites Gewächshaus. Das eine wird nicht reichen. Das sehe ich jetzt schon. So eine Kacke. Bunte Schwanen Kacke. What the fuck? Frag ich mich auch gerade. Ah, da könnte ich lieber. Nee, da mach ich lieber. Komm. Da mach ich lieber das. Das Hardcore Material. Was soll's denn. Gehen. Hardcore, hardcore, hardcore. So. Äh. Ja. Okay. Wir lieben es hardcore. Äh. Ja. So. Das ist ein Slop. 1, 2. Back. Äh. Jetzt kommt wieder die Deckenarbeit hier. Hat jemand von euch? Nein. Um das kurz zu machen. Leder. Leder. Ich hab Leder. Ich hab zwei Leder, ja. Ich brauch nur eins. Verkauft mir mal jemand eins. Ähm. Ja. Ich könnte mal eben kurz rumgucken. Ich wollte sowieso mal ein paar Sachen gucken. Oder hab ich keinen Leder? Ich glaub ich hab keinen Leder. Ich hab Leder. Warte mal. Verkauf mal Leder. Warte mal. Stopp. Ich hab so viele Truhen. Ich weiß das nicht. Warte. Vor allem hab ich hier mal an acht verschiedenen Orten. Meine fünf Truhen. Ich hab Leder. Ich kann dir das verkaufen. Okay. Mach ich mir. 50 Stück. 50 äh. Pro. Aber naja. Nein. Wofür brauchst denn das? Für ein Buch. Ach du brauchst das für ein Buch. Ein Buch. Wie viel ist dir denn das Leder wert? 10. Was? Was? Mit 15 sind wir im Geschäft. Okay. Als Freundschaftspreis. Okay. Alles klar. Was? Nein. Nein. Wie viel Geld hab ich nicht mehr. 15. 15 ist völlig in Ordnung. Ne. So viel Geld hab ich nicht mehr. Mach nur 10. Nein. Dann musst du halt Geld besorgen. Ja. Kann ich nicht. Tut mir leid. Ich bin grad beschäftigt. Ähm. 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 Bitte was? Danke. Danke. Danke dass du saß. Hab ich kein Brot mehr eigentlich drin? Doch. Neun Brote kann man auch noch kaufen übrigens. Achso. Okay. Hab aber keinen Hunger. Ja. Ich sag das ja nochmal. Für. Ne. Für vier. Leute die immer Hunger haben. Ich kann nur noch. Leinen verkaufen. Oder Schleimbälle. Du meinst Leute die ganze Zeit rumspielen und springen und Hunger haben? Ja. Ey. Nichts gegen meinen Rumgespringer. Oh doch Aaron. Genau dagegen haben wir was. Ich könnte mir Akatsi an uns kaufen. Aber damit. Dafür hab ich im Mund. Dafür brauch ich nix im Mund. Hm. Kriegt mein Haus nicht rechtzeitig fertig. Verdammt. Kann mir jemand. Leder verkaufen. Leder ist in der Truhe. Leder ist in der Truhe. Leder ist in der Truhe. Okay. Kannst du dir nicht leisten Aaron. Bei mir kannst du's dir leisten. Okay. Ich würd nicht so lange warten Aaron. Wie viel Leder brauchst du? Ein. 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 Wie viel verkaufst du in Ostra? Weiß ich noch nicht. Moment. Du willst ja wohl keinen besseren Preis machen als ich. Dann mach ich einen besseren Preis als du. So einfach ist das. Ja und ihr findet euch. Ja. 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 Äh. Moment. EU bietet null Leder. Äh. Ostra bietet. Hm. 15 pro. Hm. Miu dein Angebot. Ich biete dir 12 pro. Okay. Ostra dein Angebot. 11 pro. Miu dein Angebot. Ich biete 10 pro. Ostra dein Angebot. Zehn wollte er am Anfang haben. Da spiele ich nicht mit. Okay Miu ich kauf deins. Okay. Ich muss erstmal mein Leder holen gehen. Das ist unten in der Truhe. Und nein ich hab's noch nicht hochgebracht. Boah ich hab 31 Leder. Hallo. Boah. 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 Ich hab mir noch so viel vor. Und meine Füße sind klein. Meine Beine sind stumpf und äh. Stumpf. 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 Okay irgendwas hast du falsch gemacht Miu. Stumpfe Beine. Na gut. Ich denke mal. Ich meine Stummelbeine. Stummelbeine. Die Geschäfte könnt ihr auch natürlich in der Pause. Nein. Nein. Das geht natürlich gar nicht. In der Pause könnt ihr eure Sachen machen. Wir machen jetzt ein kleines Minecraft Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es gibt nichts zu jammern. Es gibt kein Wein. Wir sehen uns ja wieder. Also. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.